Herzlich Willkommen zurück zu Torchlight. Ich habe wie versprochen oft eher jetzt noch verkauft. Leider kein einziger guter Gegenstand dabei gewesen, aber immerhin 2500 Gold mal wieder abgesahnt. Das ist eine ordentliche Menge. 18.000 Gold haben wir mittlerweile. Das ist geil. Da kann man was mit anfangen, aber noch ist es nicht so weit. Wir gehen lieber in Portal 2 und machen uns auf die Suche nach Glyphel Nummero 2. Wird der Weg ähnlich lang sein wie im ersten Portal? Das fand ich ja schon ziemlich krass. Also wir hatten ja in der letzten Folge wirklich Überlänge übernähern. Und das nur, weil der Weg lang und hart war. Also es war kein Zuckerschlecken. Floor 12 mittlerweile. Ich weiß nicht, ob der andere Floor 11 ist, aber eigentlich müsste er es ja sein. So, hier kommen neue Gegner ins Spiel. Hier sind jetzt so eine Art Fledermäuse. Nur riesen Fledermäuse halt. Die krass viel Schaden machen. Wow, also gerade eben hatten sie mir schon ziemlich viel abgezogen, muss ich sagen. Und ich bedenke, dass wir gerade glaube ich von Frischbund etwas abgezogen. Uiuiuiuiui. Wir werden vielleicht dann doch mal den ein oder anderen Heilzauber mal sprechen, damit wir hier überhaupt überleben. Und es geht hier schon mal gut los, indem ich hier schon wieder viele Möglichkeiten und Wege habe. Das würde ich hier auch nicht tun, wenn du hier direkt am Anfang mal links, rechts, gerade aus und am besten noch zurück gehen kannst. Das ist dann wieder schon kompliziert. Wir haben ja gerade gesagt, Silence. I kill you. Das muss man nicht ernst. Hier bleibt keiner mehr sehen, wenn ich mal hier bin. Aber die ganz kleinen Nerven. Alleine schon zum Angriff sind die Scheiße. Naja gut, aber gibt auch Schlimmeres. So, hier haben wir jetzt wieder die Fledermaus. Ja, fuck what. Ich muss nicht aufpassen, sonst muss ich klar. Und ich spinne auch noch wieder. Treib Rampulas. Treib Rampulas. Und ich muss nicht aufpassen. Boah, BTF. Mörder, ja, das spinne ich. Das ist einfach nicht mehr schön. Oh. Sehr geil. Wir werden mittlerweile respektiert. Oh, blick. Das bedeutet, wir haben einen neuen Rang in der Stadt bekommen. Finde ich ja schon mal chillig. So, wenn wir jetzt nicht alles täuschen, müssen einige Sachen in der Stadt auch billiger sein. Also Preise haben sich verändert. Und ich glaube, wir kriegen jetzt auch etwas mehr Erfahrungsstolz von den Quests. Aber hier. So, ach gut, die ganze Kleine können wir natürlich jetzt auch gemütlich umhauen. Aber es geht wohl immer weiter geradeaus. gerade jeder muss diese die auch gleiche war schon zu diesem nicht sondern nicht stark wirklich nervig ist sie vielen kleinen Viecher welchen sowas abzuwarten viele hier stehen weil ich dann so viele auf einmal weg klatschen und wir haben schon wieder ein extra punkt sehe ich gerade und dank geil weil wir wohl wieder einen ordentlichen schub an faith bekommen haben oh weil da baut sich ein Wege auf sehr cool geht es hier noch weiter eigentlich und ich scheine mal weiter zu gehen das ist jetzt die Frage ist da jetzt nur es wird ein Bonus oder geht es hier offiziell weiter das weiß ich eben nicht und ich glaube ich gehe deswegen erstmal da lang weil das sieht mir doch schon verdammt geheim aus ah ja es ist ein geheimer Weg denn hier ist einiges an Schätzen geboten verdammt viel sogar also ein Gold wird hier nicht gespart ja die zwei Bäume tun mir dann im Endeffekt auch nicht mehr viel muss hier noch einen Chest die wir öffnen naja war jetzt nicht so die Welt drin immer noch einen Haufen rumliegen so aber dann haben wir auch alles eingesammelt sehr schön damit haben wir sogar unsere 20.000 Gold geknackt weil wir halt hier auch wirklich 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 viel finden finde ich cool dann können wir jetzt den Weg gehen den ich sowieso einschlagen wollte nehme ich den hier nach unten das habe ich gemacht mein Hund ist glaube ich hinten immer noch beschäftigt aber Gott sei Dank spawnt er nach einer Zeit neben mir das ist ganz gut oh mein Gott oh mein Gott was ist so ähnlich denn hier Alter 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 boah erstmal ein Rare mit unzähligen anderen Gegnern boah da ging jetzt echt krass was ab man oh oh ich glaube da war eine sehr geile Menschenstattel dabei oder oder waren es dann schulig ganz genau rück ich mir gleich mal an oh wir haben hier wieder so ein Ember Ding so das kann jetzt erstmal alles weg das brauche ich identifiziere ich wieder brav oh das war die identifizieren wenigstens geht schneller als bei Diablo damals schon oh sehr viel mehr Leben und plus 5 Poison schaden cool dann nehme ich die Leben ähm damit ich nämlich ja noch mehr aushalten das kann echt nicht schaden wenn sie das tun ähm das brauche ich jetzt nicht unbedingt das kann eigentlich auch weg das kann weg das kann weg das kann soweit alles weg das behalten wir mal ach das kann sowieso weg und nachdem ich jetzt hier gleich noch ein Haufen Zeug aufs werden wir noch ganz kurz warten mit dem Hund in die Stadt schicken weil er wird jetzt gleich gleich noch mehr finden was ich loswerden möchte oh guck mal das ist Schimmering Ember das ist das einfach was wir für den alten Herrn zu tun sollen sehr geil wir sitzen in der Nähe vom Wasser und in dem Fall im zweiten Schottmal hier sehr geil verdammt nochmal ist das schön ja komm du kannst instant eigentlich mal da und gehen so wäre hohoho so wunderte zu kämpfen ich gehe da einmal dazwischen mit dem Wasserfall ich bin hier wirklich los manchmal muss ich schon noch aufpassen also so mächtig darf ich mich jetzt eigentlich nicht einschätzen wenn ich hier manchmal rumlaufe so wir haben nur das Amber das heißt noch lange nicht dass unsere Quest hier vorbei ist also es ist immer noch Vorsicht geboten oh das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht naja ok jetzt auch schon wurscht Leben wird erhöht oh sogar oh das ist sogar besser als das was ich jetzt habe coole Sache wow alter seht ihr bitte die ganzen Boni plus 2% Rüstung plus 2 Chance auf kritischen Treffer plus 3 Geschicklichkeit plus 2 Mana um 1 Meter erhöhte Geschossreichweite plus 5% Haustier äh Helfer äh Rüstung plus 1% geringe Händlerpreise plus 6 Feuerwiderstand plus 6 Eiswiderstand alter rund 2% Chance das Ziel für 2 Sekunden Fliet what the fuck aber den kann ich so schnell nicht an anlegen der braucht Dexter T äh 31 also Geschicklichkeit 31 und so viel werde ich nicht reinsetzen an Punkten das heißt diese Gloves werde ich auf jeden Fall mal verkaufen können beziehungsweise den setze ich in meine Allgemeintruhe das hier ist auch sehr schön aber ich hätte ganz gerne weiterhin mein Mana deswegen kann das jetzt erstmal weg und weißt du was wenn ich jetzt eh schon ausgesehen das brutal gemacht habe dann geh ich halt jetzt auch schnell rein und kümmere mich um den Scheiß gleich geht's weiter also wir wollen bei dem Händler erst wo kann man sich die ganzen Kram hier verkaufen boah da kleckt er sich durch wie jetzt wilder Wahnsinn und die drei Teile auch noch rachkommt das auch noch und dann wollte ich ihm die allgemeine Truhe die da oben rumlungert nämlich noch diese Gloves setzen und das lohnt sich und hier denke ich mal für einen Charakter der naja der danach halt wenn man mit deinem anderen noch spielen möchte ne so wir haben das Amber das heißt das kann ich eigentlich gleich mal abgeben was soll's ich weiß nicht ich weiß nicht du hast ein richtiges Talent für sowas oder danke dass du das Shimmering Amber gefunden hast es ist wunderschön aber genauso durch die Verderbung ist beschädigt wie die anderen Stücke die Ergebnisse meiner bisherigen Studien sind beunruhigend die Verunreinigung die ich schon in dem Deathlace Amber gefunden habe befindet sich genauso in diesem Stück jetzt seitdem ich mehr Probleme habe kristallisiert es sich immer mehr heraus was kann ich für dich machen auf dieser Welt gibt es einen Ort der unberührt von der Zeit ist man sagt dass in diesem Ort Elemente in ihrer reinsten Form zu finden sind also das was wir eigentlich schon die ganze Zeit haben wollen logischerweise müsste das Amber dort genauso unberührt von der Verderbnis sein wenn du eine Höhle finden solltest in der die Zeit keine Bedeutung hat dann bringe mir ein Stück Primal Amber ich werde für dich eine so seltene Probe natürlich fürstlich entlohnen also eine Höhle ohne Zeit ist dann unser nächstes Ziel so wir gehen zurück Return to Dungeon und werden uns da weiterhin aber auf die Suche nach der Glyphe machen wir sind ja eigentlich nur auf der Suche nach der Glyphe ich hoffe wir sind auf dem richtigen Weg weil ich glaube es gab wieder irgendwo eine Abzweckung die ich noch nicht sende äh naja wir werden es gleich sehen hier irgendwas macht eben merkwürdige Geräusche und da geht er jetzt hier ein bisschen an damit ich wieder richtig schön aufschlitzen verwenden kann aber ich könnte mich eigentlich fällt mir gerade auf ich überlege jetzt gerade schon ob ich nicht noch mehr in Defense gehen soll weil die Gegner hauen schon krass zu mal ganz ehrlich ich muss eigentlich gerade im Moment aber zumindest das Gefühl da greife ich lieber nochmal also lieber zweimal an und dann ist gut oh der Lurker sehr schön dass wir seinen Spezialgegner haben wieder gefordert oh der Rame hat gestaubt oh der nächste Level Up ist auch schon wieder dicht breit oh das wäre cool wenn wir jetzt mal abwarten dann können wir drei Punkte alleine hier schon verteilen da würde sich dann schon krass was tun oh man ein doofer Hund du sollst du nicht die ganze Giftwolke machen immer in die giftige Brügel zu rennen kann nicht gesund sein oh man und noch in der Riege ich glaube ich nehme hier gleich mal ein Halt dran oder es wird mir zu heikel hier das wird mir zu heikel hier oh aber das ist schon wieder ein Geheimnis wie das aussieht ich glaube auch das ist nicht ganz so geplant war hier und wieder ganz spezielle Gloves gefunden und bei diesem extra und bei diesem extra waren wir noch mal Gegner nicht zu knapp aber mit Aufschnitzen sind die überhaupt kein Problem aber seht ihr was ich hier abstauben kann da geht übelst gut was oh da guck mal da geht es sogar noch weiter ihr seht das ist auch nicht auf der Karte verzeichnet also das ist sieht man wirklich das hier ist ein Spezialgeg Hauptsache es gibt vielleicht noch eine riesen Spinne Alter Verwaltung jetzt müssten wir glaube ich aber nur im Kreis gelaufen sein das ist jetzt wieder der normale Weg genau also wir sind hier an der Karte sehr speziell das war ja auch ein Secret haben wir aber alles sehr gut gemacht so kommt wir sind schon wieder voll das ist doch echt nicht zu fassen man das brauche ich nicht ich glaube alles brauche ich auch nicht mehr identifizieren oder zwei Händer kann weg das kann sowieso weg zwei Händer kann weg hier glaube ich find ich auch nichts besseres und jetzt muss ich mal ganz kurz pausieren ok alles wieder gut mir läuft es immer noch eiskalt den Rücken runter ich habe ja schon gesagt dass ich kein Fan von Spinnen bin aber was mir gerade eben vor die Nase geflogen ist dezent erschrocken und einfach nur eklig und du man oh man oh man oh man Leute hier ist Action dann gesagt zerstellte Rüsteprotestor brauche ich nicht na magie brauche ich auch nicht das hier ist allerdings richtig geil wow die Schattenscherpe ein äh epischer Gürtel das ist mittlerweile dann der vierte epische Gegenstand den wir ausrüsten Alter das ist unfassbar ein paar Zehn schon ähm plus 2% Rüstung 1% Chance zu blocken 20% erhöht der kritische Schaden das ist 20% 4 zerstörte Rüstung pro Teufel 1% mehr Glück 1% mehr Glück beim Fischen gleich Wahnsinn 2% mehr Gold 10% mehr Haustier und Hefegeschwindigkeit wow 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 also der Gegenstand ist absoluter Jackpot ui ja und die ist halt auch nochmal nochmal heftiger boah soll ich da mal versuchen ob ich damit durchkomme ob ich mit ohne also ohne den Mana wiederkriegen ob ich da eine Chance habe ich schmeiß den jetzt mal noch nicht weg den Gegenstand sondern behalte immer noch der dagegen ist ja mittlerweile auch ein Witz ähm wow das war also das ist ein richtig krasser Gegenstand so ich darf jetzt nicht vergessen dass ich hier grad immer noch im Kampf bin was ich jetzt hier an Schaden produzieren muss ne das ist natürlich noch ein Grund mehr noch mehr auf Defense zu gehen also es ist ein bisschen schade dass ich jetzt natürlich keine Mana wiederkriege mit meinen Schlägen aber naja achso hier ging es ja nur zu dem Secret runter das heißt wir sind hier rein theoretisch immer falsch dann müssten wir doch da wo wir hätten beim ersten Mal abbiegen müssen schon hin müssen verdammt na ehrlich gesagt haben wir das aber schon gedacht dass es passieren wird nehmen wir noch ein paar mehr Tränke auf das müsste boah wo war das denn dann das war dann irgendwo da oben kann das sein dann haben wir jetzt echt den ganzen boah alleine wie das wie diese Axt schon äh Flamm mit sich zieht das finde ich ja schon sehr geil müsste doch dann hier irgendwo gewesen sein oder ging es da nicht auf der anderen Seite dann noch weiter ich meine nämlich schon die Frage ist jetzt nur auch wie komme ich da noch rüber ne weil hier war nur das Secret dann muss da unten doch noch irgendwas gewesen sein weil hier geht es definitiv nicht weiter ich halte zwar die Augen offen ob es da nicht doch noch so einen Weg gibt aber in dem Fall nicht das heißt ich muss da unten noch irgendwas übersehen haben wobei das auch schon komisch ist hier geht es nämlich nicht weiter und dann kam doch da schon das Secret hier kann ich auch nicht runter das ist ja klar also manchmal ist es nicht ganz so offensichtlich wo es weiter geht oder ich bin einfach noch blind da ging es ja zum Secret genau da muss aber hier doch irgendwo noch ein regulärer Weg sein wenn wir Gegner da kommen wir aber vom Secret zurück da bin ich nicht lang gegangen oder genau hier bin ich nicht abgebogen ha ha alles klar direkt nach dem Secret einmal recht und dann sind wir richtig erstmal muss die Spinne weg weil wir die Spinnen entlangweilen wenn wir so langsam sind ich glaube jetzt müssten wir es auch gleich geschafft haben wir sind ja schon wieder ein ziemlich gutes Stück unterwegs mein Lieber schon also das Spiel hat schon etwas zu bieten für dich ich finde es absolut geil wenn sie die aufpassen die ganz schnell killen weil vor allem der Schamane da hinten der macht mir richtig Angst ja gut dass du es mir sagst das habe ich mir schon fast gedacht okay hier ist der Weg und damit kommen wir oh Level 14 erreicht sehr gut oh hier können wir nochmal ein bisschen fischen ich glaube das werde ich machen jetzt bitte auf hier müsste es ah ja hier ist eh das Glyphenportal das heißt wir haben es geschafft jetzt werde ich folgendes tun ich werde erstmal jetzt hier alles einsammeln was mir so noch unter die Finger kommt das sind andere Kram schmeiße ich direkt mal weg hier ich werde aber alles andere einfach schön identifizieren vielleicht haben wir ja noch etwas Feines dabei den Ring zum Beispiel kann ich nicht gebrauchen oh der ist natürlich da verzichte ich lieber auf Poison Schaden ähm da kann ich sogar dem mein Hund geben weil 1% mehr gefunden das Gold ist eh Quatsch dann kriegt er lieber von mir ein bisschen mehr Leben seht ihr hier das hat sich erhöht das ist ganz cool ja gut und das ist jetzt eigentlich alles nichts so pralles soll er das noch nehmen oh die ist two handed na gut und dann schicke ich ihn jetzt einfach mal in die Stadt das ist nämlich gar nicht so schlecht jetzt ist er schon mittlerweile 1 Minute 39 unterwegs also immer je öfter wir ihn immer in die Stadt schicken desto länger ist er dann unterwegs aber wir können ja in der Zeit wo er zu wenn das in der Stadt ist können wir gemütlich ein bisschen fischen das lohnt sich nämlich immer wieder jetzt haben wir zum Beispiel noch den Venom Fisch also wir gehen jetzt einfach mal alle durch so alle 10 Sekunden sollten wir da eventuell einen neuen Fisch kriegen oder halt natürlich auch einfach mal gar nichts sowas kommt vor wir können auch in allen Positionen angeln also wir müssen da nicht immer straight davor stehen ach so ein Pech aber auch wenn man natürlich alle 10 Sekunden lang nichts fängt dann äh zieht sie es in die Länge aber yes es lohnt sich denn die Fische sind sehr geilen Webfisch es ist verdammt cool dass wir jetzt auch direkt zu Beginn so viele verschiedene finden die sehen zwar hier alle gleich aus aber es sind dennoch unterschiedliche Fische jetzt haben wir zum Beispiel den Electric L wieder gefunden das ist der den wir schon zum zweiten Mal haben so da kommt ein Fisch geht schon noch Tunnel Shark boah okay komm zwei gehen noch nein verdammt oh jetzt wird schwierig wenn ich zwei jetzt noch kriegen will eh ja das wird es klappt und das war aber noch kommt das ist gut aber die Chance noch zwei Fische zu kriegen na ja eins wahrscheinlich eine mit gonna wie ich es sei ja das habe ich mir was gedacht schön wie es immer anstatten sich denkt Kürtel kam eine noch Kamp Jo da es wird ein weiterer schneller egal der Hund kommt um die Ecke hoffentlich fehlt mehr so ein Fisch jetzt war da ist fällt die Fischer an naja haben wir halt Pech gehabt was soll es wird sein weil ich sage mal die neuen Fische dass sie so zu einmal jeder werden Fisch da wird er in eine äh giftiges Vieh verwandelt ähm ich sortiere die mal so ein bisschen nach Element und nach äh Verwandlung in Viecher oh er kann sich in Spinnen verwandeln das ist der Webfisch und in einen Wühler kann er sich verwandeln und den hier habe ich zum Beispiel jetzt zweimal das heißt ich kann den jetzt eben einsetzen und dann wird er hier so ein äh Elementar ein Blitzelementar ein ziemlich cooles Teil erinnert ja ähm ja genau all die Typen da na ihr wisst schon was ich meinen wenn ihr es seht dann versteht ihr schon da fällt gerade der Name von dem Pech das ist auch wieder geil so der räumt auf jeden Fall da hinten gut auf äh sie sind alle grundsätzlich mal effektiver als der Hund selbst der Hund selbst ist zwar auch schon ein ganz netter Begleiter aber dieses Elementar macht schon deutlich mehr Schaden als alle anderen so hier ist direkt wohl eine Sackgasse das heißt wir müssen hier nach zu der Seite gehen da war unser Portal und da haben wir zum Beispiel ein Schattel Boah Boah dann hat es Statt gemacht noch mal noch mal genau immer ordentlich abgehen dann passt das was haben wir eigentlich Amarna mittlerweile ah ok 9, 8, 10 das ist schon mal eine ganz ordentliche Menge so der muss für den Dauneschlamando zwar schnell das ging wirklich schnell ah nicht schade um die ganzen kleinen Viecher sollte eigentlich er sich dann kümmern dafür ist ja auch das Pad da dass er sich um die kleinen Viecher kümmert und du kannst sich um die großen kümmern weil sie klein sind halt auch die Mühe eigentlich gar nicht wert so wir müssen es jetzt gleich geschafft haben weil die zweite Ebene ist ja in der Regel nie wirklich groß genau der aktiviert zum Beispiel die Blume damit ich da nicht reinlaufen muss so was haben wir hier noch hier haben wir noch mal so ein Schaman der kann natürlich sofort verschwinden was auch gut geklappt hat und jetzt haben wir die Glyphel der Direction jawoll wir haben Glyphel Nummer 2 endlich gefunden wow das hat sich auch wieder krass gezogen wer hätte gedacht dass ich für jedes Glyphen Level nur fürs Glyphen Level 20 Minuten brauchen werde naja zwei Glyphen hängen hier oben schon ihr seht es die beiden und eine dritte fehlt noch und darum kümmern wir uns dann in der nächsten Folge von Torchlight bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal